Hey Ska-Freunde, willkommen zu einem neuen Video, auf das ihr hoffentlich nicht umsonst ein wenig länger gewartet habt. Eure Hinweise sind bei mir angekommen. Ich habe selber auch gemerkt, die Audioqualität insbesondere war auf dem absteigenden Ast. Da gab es immer dieses Rauschen, dieses Brummen, was zum Ende der Videos hin immer lauter wurde. Und nein, das war nicht der Staubsauger, sondern es war der Lüfter meines in die Jahre gekommenen Laptops, der mit dieser Videoverarbeitung zu kämpfen hatte. Entsprechend habe ich die komplette Hardware ausgetauscht, alles auf den neuesten Stand gebracht, vom feinsten, wie wir es von zu Hause gewohnt sind. Und da bin ich jetzt ganz optimistisch, dass ich euch Ska in einer nie dagewesenen Video- und Audioqualität bieten kann. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, ob das geklappt hat, ob ich diesem Anspruch gerecht werde. Wir sind Gegenspieler und wir befinden uns in der Spieleröffnung. Das heißt, typischerweise wird der Alleinspieler mit Trumpf starten. Ich hatte euch dazu schon auf den Weg gegeben, dass es eure erste und vordringlichste Aufgabe ist, möglichst so schnell es geht, die Anzahl Trümpfe des Alleinspielers zu ermitteln, um dann im Umkehrschluss auch seine Nicht-Trümpfe zu schließen. Auf dem Weg dahin, das war die zweite Lektion, müsst ihr die Karten auch interpretieren, in dem Sinne, dass ihr versucht rauszubekommen, was für Zusatzinformationen steckt in so einem Stich noch drin. Und da sind wir jetzt. Um das sinnvoll tun zu können, solltet ihr natürlich ein gesundes Grundverständnis darüber haben, auf welche Art und Weise eigentlich Trümpfe gelegt werden. Als ich mir Gedanken zu diesem Video gemacht habe, war ich selbst ein bisschen überrascht, denn es ist mal wieder gar nicht so einfach. Es gibt hier nicht nur ein oder zwei Grundlagen. Ich habe bis zu fünf verschiedene Grundideen gefunden, auf deren Basis ihr Trümpfe zieht. Und die müsst ihr natürlich alle kennen, oder solltet ihr kennen, um auch die Zusatzinformationen korrekt aus den Trumpfstichen ableiten zu können. Weil es beim Skat bekanntermaßen darum geht, möglichst viele Punkte zu sammeln, werdet ihr auch die ersten Trumpfstiche nach einem ganz einfachen Prinzip spielen. Dazu mal folgendes Beispiel. Der Alleinspieler in Vorhand spielt Karo, öffnet das Spiel mit der Karo 7, von eurem Partner fällt die Karo 9. Dann ist es ganz klar, dass ihr aus König 10 die 10 legt. Da braucht ihr auch gar nicht lange drüber nachdenken. Es sind einfach mehr Augen. Und das gilt natürlich insbesondere dann, wenn eure Trumpfkarten hier in einer ununterbrochenen Reihe stehen und sich nur durch die Wertigkeit der Augen unterscheidet. Soweit so klar. Ein Aspekt, auf den ich euch jetzt hinweisen möchte, ist der, der nicht ganz so offensichtlich ist, dass sich nämlich in diesem Stich aufgrund dieser einfachen Regel schon gewisse Zusatzinformationen verbergen. Ich fasse mal so in die Runde. Welche Karte im Trumpf kann nun ganz sicher dem Alleinspieler zugerechnet werden? Genau, es ist die Karo Dame, denn euer Partner wird genauso nach diesem Prinzip verfahren. Und wenn er die Karo 9 legt, dann kann er die Karo Dame nicht in der Hand haben. So wie ihr das wisst, wird euer Partner diesem Stich schon entnehmen können, dass das Trumpf Ass auf keinen Fall in eurer Hand ist. Entweder er hat es selber, ansonsten muss es der Alleinspieler haben. Wenn ihr beim Skat im Team spielt, ist ja das Schöne, dass ihr die Arbeit gar nicht komplett alleine machen müsst. Da könnt ihr euch auch auf euren Partner verlassen. Wenn etwa wieder Karo Trumpf ist, der Alleinspieler den Karo Buben ausspielt und euer Partner den Stich übernimmt, etwa mit dem Herz Buben, ihr Zehnkönig Dame habt, dann gilt natürlich das gleiche Prinzip, auch wenn ihr den Stich nicht macht. Euer Partner macht ja den Stich, also legt ihr wiederum ohne zu überlegen die Karo 10 und erneut ergeben sich die gleichen Schlussfolgerungen für euren Partner. Das zweite Grundprinzip ist genauso logisch und einleuchtend und auch wenn dabei schon einen Schritt weiter gedacht wird, beherrschen das alle Skatspieler im Schlaf. Folgendes Beispiel, der Alleinspieler im Vorhandspiel Kreuz öffnet mit der Trumpf Lusche. Von eurem Partner fällt ebenfalls die Trumpf Lusche. Wenn ihr jetzt Kreuz Bube, Herz Bube und Trumpf 9 habt, dann werdet ihr natürlich nicht einen Buben legen, um hier schon Augen zu retten und mitzunehmen, sondern ihr werdet nicht höher rangehen als ihr müsst, um den Trumpf Stich zu machen und alle weiteren Trumpf Stiche abzusichern. Ist ja klar, dass ihr mit Kreuz und Herz Buben jetzt noch zwei weitere Stiche macht, das heißt ihr verschenkt hier keine Augen, wenn ihr den Herz Buben noch nicht legt. Im Gegenteil, damit sichert ihr weitere Stiche und entsprechende Punkte. Ein wenig anspruchsvoller wird es, wenn wir uns jetzt hier eine ganz klassische Trumpfsituation auch anschauen. Ihr sitzt etwa auf Karo Bube, Trumpf Ass und Trumpf König. Der Alleinspieler öffnet das Spiel mit einem Buben. Von eurem Partner wird übernommen. Dann stehen diese beiden Prinzipien jetzt zur Auswahl. Entweder Punkte retten so viel ihr könnt oder nicht höher ran als ihr müsst. Was gewinnt in diesem Fall? Genau, ihr solltet hier nur den Trumpf König legen. Dabei geht es in diesem Fall nicht darum, dass ihr damit einen Stich spart. So oder so werdet ihr danach noch einen Stich machen. Es geht hier dabei schon nach vorne gerechnet darum, zwei Augen zu sparen. Wenn ihr hier nämlich das Trumpf Ass legt, der Alleinspieler wieder rankommt und in einer nächsten Trumpfrunde den Pik Buben spielt, dann müsstet ihr jetzt, um den Stich mit dem Karo Buben zu sichern, den Kreuz König legen. Verliert also die vier Augen. Wenn ihr hier den Kreuz König reinlegt, dann könntet ihr auf einen nachgespielten Pik Buben den Karo Buben nur legen und hättet den Stich mit dem Trumpf Ass noch im Blatt. Das ist ein ganz klassisches Motiv. Sollte soweit auch bekannt sein. Bedeutet aber eben für den Spieler hier, dass er aus dem hier liegenden Stich zwar entnehmen kann, die Trumpf 10 wird nicht bei euch sitzen. Er kann diesen Stich aber nicht entnehmen, dass ihr das Trumpf Ass nicht habt. Das ist zwar eine Möglichkeit, genauso sollte er aber auch im Hinterkopf haben, dass es genau sich um diese ganz häufig auftretende Trumpf Konstellation handeln kann. Weiteres Wort dazu, ob ihr mit dieser Trumpf Konstellation in Hinterhand sitzt oder in Mittelhand spielt keine Rolle. Auch aus Mittelhand solltet ihr auf den ausgespielten Herz Buben natürlich den Trumpf König legen. Die beiden vorangegangenen Prinzipien waren die wichtigsten und werden in den meisten Fällen eure Trumpf Entscheidung beeinflussen. Nun gibt es aber noch ein paar Nebenlinien, die auch vorkommen und die ihr deswegen auch wissen müsst. Die erste ist, den Alleinspieler in Mittelhand bringen. Also folgendes Beispiel, der Alleinspieler öffnet das Spiel mit der Trumpf Lusche von eurem Partner, fällt etwa die Trumpf 10, dann werdet ihr, wenn ihr Pikbube, Herzbube und Trumpf Lusche habt, auf jeden Fall mit dem Herzbuben raufgehen, um den Alleinspieler in Mittelhand zu bringen. Und typischerweise verschenkt ihr damit auch keinen Stich, denn entweder euer Partner macht den Kreuzbuben noch, oder der Alleinspieler hat ihn deswegen, habt ihr damit auch keine Augen verschenkt. Trotzdem ist das hier ein anderes Prinzip als dieses Ich rette meine Augen, denn wenn wir uns einfach vorstellen, der Alleinspieler wäre im Vorhand und öffnete das Spiel mit der Herz 7, dann solltet ihr sicher auf keinen Fall hier schon mit dem Herzbuben rangehen, sondern erstmal nur mit der Lusche. Auch wenn ihr damit gegebenenfalls die zwei Augen riskiert, ermöglicht ihr es damit, euer Mitspieler den Stich zu übernehmen und den Alleinspieler in die unangenehmere Mittelhandposition zu bringen. Das vierte Prinzip ist schon was für Fortgeschrittene oder Profis. Da geht es darum, eurem Partner möglichst viele Informationen zukommen zu lassen, damit auch er die Trümpfe richtig abziehen kann, auch wenn es gegebenenfalls gegen diese erste Grundregel verstößt. Dazu habe ich hier mal ein ganz klassisches Beispiel ausgepackt, das habe ich auch in einem anderen Video schon mal beleuchtet. Jetzt hier nochmal in diesem Kontext. Ihr sitzt in Mittelhand, der Alleinspieler in Vorhand spielt Pik, öffnet das Spiel mit dem Pik Buben. Ihr habt etwa die beiden roten Buben und Trumpf Ass 10. Bei einem ersten Stich geht ihr sicher nach dem Konzept vor nicht höher ran als ihr müsst. Ihr wisst ja noch nicht, wo der Kreuz Bube ist, braucht also nicht schon ein volles Legen und die Augen gefährden, denn wenn euer Partner den Kreuz Buben hat, dann macht ihr danach immer noch alle Stiche. Wenn jetzt von eurem Partner etwa der Pik König fällt, dann wisst ihr schon nach diesem ersten Stich zwingend, dass der Alleinspieler eine Sechstrümpfe hat, denn sonst hätte euer Partner ja freiwillig nicht den König gelegt. Euer Partner weiß natürlich noch nicht, wie viele Trümpfe es sind und wenn danach ganz klassisch und typisch im zweiten Stich der nächste dunkle Bube gezogen wird, legt ihr natürlich den Herzbuben. Von eurem Partner kommt irgendein Abwurf und jetzt sind wir im entscheidenden Stich, im dritten Stich. Es kommt eine Trumpflusche vom Alleinspieler und nach dieser ersten Grundregel solltet ihr natürlich immer, wenn ihr Ass und Zehen habt, die Augen retten. Diese Regel wird hier aber ausgehebelt durch den Informationsbedarf, den euer Partner hat und deswegen gilt erneut nicht höher ran, als ihr müsst. In dem Fall also nur die Trumpf 10, denn damit ergibt sich ganz logisch für euren Partner, dass der Alleinspieler das Trumpf Ass nicht haben kann, sonst hätte er es jetzt gezogen. Entsprechend weiß jetzt euer Partner, dass ihr das Trumpf Ass noch haben müsst und kann deswegen jetzt in diesem Moment auf die Trumpfanzahl des Alleinspielers schließen. Er weiß genau, es war ein 5-Trümpfer. Andersrum, wenn ihr hier eben das Ass legt und das tun viele Spieler, weil sie diese fortgeschrittene Profi-Variante nicht so kennen und nicht daran denken, dass sie auch ihren Partner ins Bild setzen müssen, dann wird ein erfahrener Spieler hier zwangsläufig davon ausgehen, dass es sich um einen 6-Trümpfer beim Alleinspieler handeln muss, weil nur das die Begründung ist, dass jetzt schon das Trumpf Ass fällt. Die fünfte Idee, die eine Trumpfkarte beeinflussen kann, ist der Wunsch eines Gegenspielers, den Alleinspieler zu bluffen. Und das sieht etwa so aus. Der Alleinspieler in Vorhand spielt Herz, öffnet mit einer Trumpf Lusche und dieser Spieler hier hat nur die beiden schwarzen Buben. Er will diesen günstigen Trumpfstand für den Alleinspieler, diesem aber nicht verraten und legt entsprechend nicht den Peak Buben, nach dem Motto nicht höher als er muss, sondern den Kreuz Buben. Das ist eine Geschichte, die solltet ihr im Hinterkopf haben, weil sie oft zu sehen ist. Ich empfehle sie absolut nicht, ich rate davon ab und wenn ihr jetzt dieses Video bis hierhin geschaut habt, dann wisst ihr auch warum. Weil ihr nämlich mit dieser Karte sehr selten den Alleinspieler bluffen werdet, aber immer für diesen Spieler eine falsche Fährte auslegt, der jetzt nämlich versucht die Trumpfanzahl zu ermitteln und der aufgrund des Kreuz Buben nicht davon ausgehen kann, dass der Peak Bube noch in eurer Hand ist. Wow, das war jetzt aber ein ganz schön hartes Stück Arbeit, da war mehr dahinter, als ich selber zunächst auch vermutet habe. Das ist allerdings ganz typisch für Skat, dass es so einfach startet und dann nach wenigen Sekunden oder wenigen Stichen schon ganz schön kompliziert werden kann. Nützt aber nichts, wenn ihr im Gegenspiel erfolgreich sein wollt, wenn ihr den Alleinspieler herausfordern wollt, dann müsst ihr euch auf die Suche nach diesen verborgenen Zusatzinformationen machen. Ihr müsst sie jagen, erschnüffeln, erspüren und am Ende auch finden. Nur dann könnt ihr gute Entscheidungen im Mittel- und im Endspiel treffen. Macht euch also die nächsten Wochen mal auf den Weg. Lasst mich gerne auch wissen, ob es euch Spaß macht, ob ihr dabei erfolgreich seid. Und damit verabschiede ich mich für heute. Ich freue mich auf die nächsten Wochen. Bis dann, wie immer. Gut Blatt! .